Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Left 4 Dead 2 mit dem Onkel von Gamer Shack LP. Ich freu mich immer wieder. Hey, Messelfreint. Und für die, die ich kenne, Rivano. Sein Kanal heißt auch Rivano. Ihr seht die zweite Ansicht bei Rivano. Mit Doppel-O. Ne, war nur Spaß. R-E-V-A-N-O. Kanal, äh, ich suche zur Verlinkung zum Kanal für die da unten in der Videobeschreibung. Du kannst meinen Namen buchstäbieren. Ich bin so schnell so wichtig. Ich bin Radio. Ich habe Lust zu töten. Ich weiß, wie es bei euch ist. Ah, stopp. Ich nehme hier mal eine Uzi. Die habe ich auch noch nicht gehabt. Let's go. It's a me. It's a Mario. Ja, das war Mario Kart. Wenn Mario-Spiel wäre so blutig, das wäre echt cool. Ich glaube, da macht die Tendo dich. Guck mal, da ist ein Container. Sollen wir da mal rein? Oh, der haut schon wieder ab. Was willst du denn da drin? Äh, mich verstecken. Hallo, ich bin wieder da. Loading. Das ist voll geil. Ich komme hier rein. Die Zombies kommen und da muss er erstmal nachladen. Das ist immer eine geile Situation, würde ich sagen. Ops. Ich will nur die Punkte sammeln, dass ich die meisten Verkündeten abgeballert habe. Alter. Ey, hau ab. Hier, oben sind wir schon noch falsch. Ja klar, hier, da wo ich bin. Ah, ich werde voll gesabbert. Gesabbert. Alter, ich sehe gar nichts. Oh, 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 Entschuldigung. Ja, so sieht es aus, wenn ich hier die Einkaufsstraße entlang laufe, nachts, mit einer Uzi. So, ich folge mal. Da ist ein Benzinkanister. Guck mal. Erstmal den Onkel gegen den Kopf werfen. Ja, wir hatten ja so einen schönen Part mit Benzinkanistern, da kennen wir uns gut aus mittlerweile. Wir können jetzt Autos tanken. Ist das hier unten in das Regal reingemogen? Ja, das sieht doch cool aus. Warte mal, geh mal weg, ich schieße mal drauf. Guck mal her. Wer macht das doch rüber hier drauf und wird Zombies gefüllt. Naja, wie ihr wisst. Ja, das hatte ich doch eigentlich auch vorgehabt. Okay. Ich wollte einfach sagen, guck mal, das sieht aus, als würde das Haus abfackeln. Das ist voll geil. Total cool. Ich wollte die geile Animation. Warte ab. Boah, ist wieder irgendwo eine Heile. Na. Ich hab ne Knarre. Hä? Ach, das Scooby-Doo ist das hier. Der hat den Elvis angesabbert. Hallo, ich bin hier drin. Ich bin immer froh, wenn wir in Orte sind, wo nicht so dunkel ist. So, ich glaube, ich hab's aufgelegt. Ey, was ist mit mir? Ach so, ich werd hier grad abgesabbert. Hilfe! 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 Alter, die Zombies sind echt krank, äh. Brandmunition aufstellen, wie Brandmunition aufstellen. Ja, ich hab grad Brandmunition aufstellen, stand da. So, ich bin wieder fit hier. Boah, der hat mich voll zerfetzt. Der ist auf meinen Kopf gesprungen, hat auf mich drauf geklatscht. Die alte Sau. Wo ist denn der Onkel wieder? Der spielt Billard, ne? Ist klar. Hier ist irgendwo wieder so ne Scheiß-Häulerin. Ja, ich hör auch was. Die zappelt und heult. Dauten, dauten. Wir können die von hier oben töten. Ach, die klettert auch hoch. Ist das eine Drecksau. Boah, was geht... Ey, was ist... Ey, hier drinnen geht die Party. Im Billard... Die brennen alle. Ey, man benutzt den Billardtisch nicht zum Klettern. Ich muss den erstmal Manieren beibringen dem Zombie hier. Hm, ich hab da so ein kleines Problem. Ah, ne, ich kann durch das Rohr gehen. Hallo. Ach, ich bin ja schon wieder tot. Ey, was geht denn da ab hier in der Welt? Der Onkel hat nur noch Medikett. Ist ja Wahnsinn. Kannst du mir da rein drücken? Die haben dich ja zugerichtet, aber das wird schon. Ah, okay. Danke schön. Du hast voll die, ähm, die Bissspuren an deinem Arm. Das sieht voll krass aus. Leute, Uzi oder sollen wir hier die M16 Sturmgewehr nehmen? M16 Sturmgewehr, hab ich genau gehört, dass ihr das gesagt habt. Ah, der kotzt wieder. Geh erstmal ins Klo. Oh, du bist aber auch schwach. Kann man da draufschießen? Boah, ist das geil. Boah, 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 boah. Schön. Ich komm, ich komm. Hä? Ach, da ist der Onkel. Der Onkel rennt wieder hier auf Vorsicht Gaswolke. Guck mal hier. Waffen, Pistolen. Guck mal hier. Waffen, Pistolen. Ah, hier grunzt irgendwas. Hier grunzt einer. Ich hoffe, wir finden jetzt einen Medikett. Für den Onkel, der ist nämlich ein bisschen angeschlagen. Ah, Hilfe! Mann, das ist so doof, dass man sich nicht verteidigen kann. Also man ist wirklich auf ein Team angewiesen. Sonst ist schlecht. Hier oben geht's auch. Da oben ist was? Da oben ist ein Medikett, ja. Kannst dich erstmal heilen. Und ein Golfschläger. Da müssen wir ein bisschen Golf spielen. Hm, Toilettenpapier. Und noch mehr Knarren. Ui, was ist das denn? Oh. Oh. Guck mal, was ich hab. Wo bist du? Guck mal. Ne dicke, ne dicke Gun. Damit hau ich alles weg. Boah, der Sound. Der Sound ist geil. Das ist wie in den Kriegsfilmen, wenn die da mit einer Hand da rumrennen. Hier bei Rocky. Äh, Rocky sei schon. Rambo. Ey, der Zungenmann, der Zungenmann, der hat mich geschlüppelt. Alter, sieben Meter lange Zunge. Alter Schwede, ey. Alter Schwede, ey. Reloading. Reloading. Okay, ich nehm mal so'n Molotow mit, ja. Das ist immer gut. Können wir die Leute abfackeln. Ich rette dich. Der mit der Zunge, ey. Entweder ein Krabbler, einer mit der Zunge oder sonst irgendwas. Boah, lauf doch mal. Ich huß mal mit. Ey, kommen wir nicht hierher, ne? Nö. Everybody grab a weapon. Everybody grab a weapon. Blablabla. Boah, wie die zerplatzen. Ey, die Waffe ist so geil. Da sind wirklich nur noch Gedärme eingeweiht und Gedärme da. Hab ich eingeweiht schon erwähnt? Hier runter, oder? Oh, du heilst. Dankeschön. Ihr Heiler, oh ja. Das ist der Heiler. Genauso wie bei Arman, ey. Da sind wir beide Sanitäter. Guck mal, jetzt verkegst du dir die halt. Aber es ist gut, ja. Nimmst du immer richtig? Ich weiß es nicht. Ich lauf dir einfach hinterher. Ich hab gedacht, du bist doch der Pfadfinder, hast du gesagt. Ne, wir sind hier rein. Wir sind hier rein, ja. Und dann sind wir hier hoch. Da ist noch ne Treppe. Vielleicht müssen wir hier hoch. Guck mal. Ne, ne. Und dann hier rüber. Ins andere Haus. Oder? Geht durch? Irgendwas kommt da, aber ich weiß nicht was. Ne, hier, genau da rüber, wo er ist. Würde ich jetzt vorschlagen. Ah, ich muss hier wo machen müssen. Okay. Ja, hier runter, hab ich mir schon gedacht. Aber da muss doch noch einen anderen Weg geben. Obwohl wir dann nicht halbtot sind, wenn wir unten runter sprengen. Scheiße, ey. Meine Energie ist wieder hoch. Achtung! Alter. Lord Rewan hat... Ich hab... Lord Rewan stand da, hat... Achso, ne. Ich hab den Vieh getötet, ja. Boah, guck mal wie die... Liebe Leute, guck mal wie die zerplatzen. Die Waffe ist total scharf. Boah, der ist sogar abgeprallt grad. Wie bist du jetzt da runter gekommen? Treppe. Ah. Hab doch gesagt, guck hier oder da. Jaja, Treppe. Ich hab nur Treppe verstanden. Hehehe. Ey, yo, was geht ab? Boah, ey, das ist echt die Waffe. Das ist meine absolute Lieblingswaffe. Guckt euch das an, Leute. Die zerplatzen förmlich, du. Ein Schuss reicht, eine Kugel. Kommt noch mehr? Hallo? Ich hab nur noch 10 Schuss, das ist scheiße. Ich brauchst mehr Munition haben für die Waffe. Hm, die kriegst aber keiner mehr. Geht so. Weil das für die spezielle Waffe ist. Ja. Da kommt so ein kleiner Hobbit hier, so ein Gollum. Ah, schade, die Waffe ist alle. Okay, brauch ich ne neue. Reloaden. 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 Der Onkel humpelt da her. Oh, der hat wieder ne Zunge rausgestreckt, du. Ja. Hier, wir müssen hier rein. Hier, die Treppe hoch. Oder ins Gebäude. Alter. Guns hier. Guns. Ja, ich such schon. Klappe, sterben tot. Oh Gott. Molotovs! Molotovs! Ah komm, ach Gott. Molotov! Hier ist nix drin. Hier unten, vielleicht? Ich hab da grad einen Molotov rein geworfen. Nimm mal. Grillparty. Oh, da steht sogar noch eins. Hallo, danke. Ey, der überlebt das Feuer, ist der Wahnsinn. Da steht einer in der Ecke, da ist ein fetter. Jawoll. Habt ihr das gesehen? Zerplatzt ist er. Förmlich die Eingeweide rausgeplatzt hier. Du musstest aber auch mitteln in den Engel. Ja, pass auf Molotov. Hinter uns. Oh, shit. Ich hab zu der Grillparty paar Zombies eingeladen. Ist die Weep. Wavefort. Under the River Tau. Okay, Tour. Folle den Wegweg. Ey, der Zombie hat sich grad ohne Witz und du geschossen hast. Hat der sich die Hände vorm Kopf gehalten. So hat der Motto, schieß mich bitte nicht. Bist du dir sicher, dass das echte Zombies sind? Sind es nicht doch Menschen? Hehehe. Mönchchen. Mönchchen, Mönchchen. Hinter dir. Alter. Ich hab dir grad erst mal ein Loch im Bauch reingefetzt. So muss das. Oh, der hat mich. Der hat mich. Der hat mich. Der hat mich. Der will mich. Da ist einer mit der Zunge. Waffe. Waffe. Ich hab schon getötet den Smoker. Waffe. Waffe. Was haben wir denn hier? Neue Waffe? Oder ein Gar... Ach, Tabletten. Neue Pille. Ich zieh mir gleich mal rein. Ich zieh mir gleich mal rein. Ui, da kannst du ja aber eine ganze Losung nehmen, oder? Hehehe, ich will geguckt. Hat er gar nicht gemerkt, dass ich grad voll drauf gezogen habe. Ja, ich wollte die Tablette schlucken und... Ey, guck mal, da steht ein Zombie vorm Tor. Torwart-Zombie ist das. Hallo? What is that for shit? Ne Rohrbombe. Oh, ich liebe sie. Ich hab wieder ein Medipack. Okay. Nimm... Gib... Nimm du erstmal. Ach, stimmt. Du bist der Halbtote. Der Halblebendige. Ich hab so Zombies mit Armeekleidung und die haben ein Medipack auf dem Rücken. Stimmt. Ah, das ist so eine Art Hilfe, ne? Hier müssen wir raus. Guck mal, ich hab gar nichts gegen die Zombies. Sie sind eigentlich immer voll nett. Außer der Gollum. Hallo, ich brauch Hilfe. Gollum frisst mich. Alter, der Gollum, ey. Der Gollum ist ein guter Freund. Guter Freund. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Big Show. Boah, mit nem Golfschläger hätte ich auch gerne mal Bock einen auf den Kopf zu schlagen, so. Schmerzmittel nehmen? Ja, nehme ich doch. Jetzt bin ich wieder voll Gold drauf. Unter Tabletten. Und ich hab ne Rohrbombe. Oh ja. Ne, ich will die Rohrbombe. Rohrbombe? Oh ne, es wird irgendwie so der... Irgendwo wieder so ne Heule rein. Devipedat. Oh. Du verstehst du. Boah. Geil. Wie die in ihrer eigenen Seuche verseuchen. Das ist so schön. Was? Willst du es? Hier ist sie. Hier ist sie. Achso, ich schieße schon drauf. Gut, die ist tot. Ja, meine ich bin auch unter Schmerzmittel renne ich ja lang. Oh shit. Oh, das war ein fetter Schwabbel. Ich bin grad wieder blind. Oh. Reloading. 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 Bloß die Nidipack-Zombies musst du aufpassen, die rennen nämlich weg. Überlebst du's? Hä? Die freuen sich alle. Boah, 58 habe ich nur noch. Bin ja echt gut drauf, ne? Ach du Scheiße. Ich weiß es doch. Hier waren wir auch schon... Ach, das wird's schwer. Ach du Scheiße. Ohne Lebensenergie, oder was? Da werden wir bestimmt jetzt auch dran haben. Wie blöd. Ist das auch schon wieder Ende Kapitel? Na ja. Oh. Dann schaffen wir das. Jetzt hast du schon. Du musst nur wollen. Der Wille zählt. Hilfe! Da ist so ein Krabbel-Krabbel-Krabbel-Krabbel-Tier um meinem Kopf. Oh, ich hab... Ich hab ein, äh... Mediket, aber ich glaub du brauchst das eher, oder? Zack. Ne, nimm dir das. Ich hab's geholfen. Ich hab's geholfen. Ich hab's geholfen. Ich hab's geholfen. Okay. Ach, auf jeder Seite war eins, ne? Ja. Ja. Mit dem Onkel in die Schlacht... Da 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 da... Okay. Kommst du? Kommt hier? Ja. Ja, ja, gekommen. Ja, die mögen mich. Die warten immer auf mich, hast du gesehen? Das ist ziemlich heftig. Ammo hier. Ich brauch Munition, sonst hab ich Angst. Boah. Kommt hier auch noch von hinten. Soll ich den Schalter öffnen? Gut. Okay, jetzt wird's schwer. Okay, dann los. Ich weiß gar nicht, was wir machen müssen. Und töten, oder? Das Problem ist, dass unsere Jungs die ganze Zeit auf uns ballern, ey. Man kann sich nicht schnell bewegen. Ja. Ach, das geht aber. Klar, ich bin auch ein guter Schütze. Hö, hö, hö. Hau da lang. Hau ab! Ich hab' einem Klettern gestört. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alice und Rochelle, komm schon. Ich schütze raus. Wird die erst töten, oder? Bevor wir da langlatschen. Die kommen wieder bei der Alarm eigentlich. Ach so. Stimmt. Du musst jetzt selber etwas stört, reifalten. Boah, das ist so geil gemacht, das Spiel, ey. Das hat echt was. Boah, das gibt auf jeden Fall einen Headshot-Bonus hier. Ja. Ja, wir sollten eigentlich unsere Tusse heilen, oder? Ja, ich bin in der Krütze drin. In der Krütze. 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 Ich bin in der Krütze. Hä? In der Krütze. Ja, ich pump. Ich bin immer hinter dir. Es geht auch rum, wo immer mehr Mann waren. Ich glaub, das war die Stelle, wo man nicht weiterkam, wo wir dann aufgehört haben. Okay, wir ziehen das durch. Wir kommen weiter. Komm, komm, rein, komm rein. Guck mal, die kommen nämlich nicht rein, wenn die Tür zu ist. Ist das geil, oder ist das geil? So. Allgemeine Abwehr, yeah! 139 480 So Also ich glaube jetzt im nächsten Level, dass es jetzt dann bleibt Also jetzt weiß ich gar nichts mehr, glaube ich Okay Also das war jetzt, das, das konnte ich mich noch erinnern So, und dann kann man eigentlich auch schon wieder, Moment Ja, kann man eigentlich schon wieder ein Part abbrechen Abbrechen, also Ich hab keine Aufmerksamkeit Du denkst du, dass er uns wartet? Oh, sicher! Rochelle und der Biker sind sitzen in der Türke Sollen wir jetzt Cut machen, mein Freund? Alice? Na ja... Oh, ja, ihr zwei waren einander Mach du Cut, ja! Vielen Dank liebe Leute fürs Zuschauen, war richtig lustig wieder Und ich hoffe, ihr seid wieder im nächsten Part mit dabei Euer Rivano und der Onkel von Gamers Jack LP Ciao! Tschüss!